so wie alle können wir jetzt noch mal dschungelgebiet drin wegen weil ja dinge sind passiert unangenehme dinge über die ich nicht sprechen mag also ab auf die reise da kommt ja auch dankeschön du kleiner wo ist die sonne die ich schon so ja klar wir sind ja gerade aufgestanden so wir sind daran heißt also wenn ich jetzt einfach direkt in die richtung laufen müsste ich eigentlich auch zum ringgebiet kommen das problem ist nur das ist alles denn so ein eben da komme ich ja nicht raus da ist ja am fluss direkt okay wir müssen also wahrscheinlich doch außen drumherum ich schlaufe einfach außen drumherum ist jetzt alles hier komm komm danke danke die schweine haben wir kein schwein ich werde sie alle pflücken wie ein blümchen wie ein gänseblümchen wie das blümchen hier ich will es nicht haben geh weg das war alles witz gemeint geh weg das ist noch so dunkel aber den fehler haben wir noch nicht behoben oder ja doch doch kann man ist ein fehler kann man schon sagen das ist ein fehler ist ich kann mir nicht vorstellen dass es so gewollt ist mal müssen wir schon wieder rumrennen ey 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 ist das weder oh god ja ich ertrinken gleich ich stürze mich in den tod in den freien tod können wir keinmal wenigstens sein weg schon auswendig ist ja immerhin relativ coole ging da mit den ganzen bäumen und ich hätte halt nicht gedacht dass wir da gleich in der übernächsten episode gleich wieder hin rennen das habe ich mir echt anders vorgestellt echt jetzt da ist auch schon wieder schotter der würde im echten locker rausfallen denn so was müsste man eigentlich mal hier einführen das wenn du für irgendein geröll über geröll ist also jetzt mal viel zucker sind über zucker sind oder aber schotter über schotter ist und auf einer seite von denen nichts ist das ist praktisch der obere gewoll praktisch runter fällt an der entsprechenden seite das praktisch so aufgetümmte ja schotter sachen oder sowas auch praktisch der noter zum haufen kollabieren bin ich jetzt richtig ich habe einfach mal geradeaus laut meiner in kopf die hundprozesse müsste das richtig sein ein monster boot ein monster boot oha ja sehr schön oh 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 mein gott was haben wir da gefunden direkt hin nein fuck ich denke ich sitze runter danke aber gerade andere sorgen ja Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, du schaffst das, du schaffst, komm, du bist der King aus Sonne Black. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, ja, jawoll, du schaffst, du schaffst das, komm, gib dir einmal, komm, komm, ja, 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 perfekt. So, war hier jemand? Ja. Alter. Oh, sogar zwei Kisten. Yay. Dort. Gut, was gibt's hier? Äh, ja, 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 wow, na, gut, immerhin Gold. Ja, 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 ha, ha, ha. Ah, ich denke, ich denke, es ist ja auch noch. Wobei ich das irgendwie als relativ sinnlos in Erinnerung hatte, das mit dem Rote-Beeter. Erstmal überlegen, was das auf Deutsch heißt. ich dachte hier gibt es jetzt dafür sich was er suche ich bin da auch dumme ich hätte eigentlich am leben lassen können wegen immer schon schon gesporn wenn wir auch garantiert und von ein zombie gesporn was mit den sachen gibt das was mein herz begehrt so egal wir wollen hier auf weg ab in die abwärts 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 was macht das pferd in die baum aus der funk erklärung ja davon das gebiet im richtigen gebiet so problem ist vorerst eine große fläche immer gern ich brauche jetzt eine große fläche wo ein einzelner baum steht ansonsten kriegen wir den baum nie abgeholzt also kriegst du keine samen davon so hier ist noch ein einzelner baum weiter komm jetzt so damit die blätter gesporn muss der hier auch noch weg so hier ist noch ein einzelner baum nehm ich dir persönlich sehr übel hoffentlich krieg ich jetzt mindestens von ein von den dingern hier irgendwie mal was an samen zurück also ich möchte mich sehr 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 bedrückt dann drückt sie mal kurz am schuh wo war das die bäude die wir abgehakt haben ähm hallo ja ok wir überhaupt keine samen hä bin ich jetzt behindert hier war ein baum wow ein ne doch ein paar ok aber wesentlich weniger als eigentlich gedacht was zur hölle ist denn los holy moly wieviel haben wir jetzt bekommen zwei wow wow es ist wow es ist wow es ist wow das kannst du keinem erzählen das funktioniert so nicht es wird schon wieder dunkel äh ich halte den schack nochmal ab aber äh also wenn wir jetzt ein großer habe ich mir genau eine falsche gesucht das ist mir jetzt ein großer oder 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 ja d ich so denke ich jetzt einfach viel stück also vier sahen hoffe ich mal dass ich viel heraus gekommen und dann plötzlich einfach einen großen baum bei dem sollten hoffentlich ordentlich sagen unterkommen das ist hier er mit krieg ich kriegst ja echt sogar weniger als du als du pflanzt also als du ab ja doch als du pflanzt war auch gar kein ist doch gar nicht mann also das wird noch eine traueraktion ja alles was ich wollte waren ein paar samen was habe ich bekommen gar nichts auch so ein paar tränen in den augen noch ein kleiner für dennoch also jetzt mal an kleinen bäumen zu halten die können sich nicht wehren noch ein paar sonne geht auch schon wieder runter und mann jetzt ja ja bei den kleinen und wieder 100.000 egal ich bin trotzdem auf nummer sicher und noch einen platz irgendwo einen großen baum zur not holt sich einfach den baum die wir bisher gepflanzt haben auch noch mal ab ich meine so großen baum brauchen wir sowieso nicht dann habe ich von dem gleich mal wieder ein paar waren weil eigentlich primär brauchen wir eigentlich denn später nur noch das holz und daran sind die kakao hoch zu wachsen und holz haben wir es mittlerweile doch genug also muss ich zurück ohne dass wir dann über den haus geschossen werden nehmen wir sind falsch wir müssen da ich bin also eigentlich schon auf der richtigen spur bin aber dummerweise abgebogen das war dumm daher auf der namen und immer weiter äh der namen sage ich schon so jetzt darf nur kein imk kommen am besten fördern wir erstmal ein bisschen rott unser lebensbalken ist nämlich relativ die dir ach du scheiße ich habe ihn gesehen und jetzt habt ihr ihn gehört und das ist eine spinne oh gott nein 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 und dann weg lieber den zombie hat man ausweichen können aber da ist doch gerade noch eine spinne gewandert und bei der kommt man sehr schnell in ungnade ne meine liebe spinne deswegen würde ich den lieber nur tagsüber abgegnen wo sind wir hier wir müssen da lang so und hier ist wieder runter Klappe das war mal wieder eine aktion eine ganze folge lang wieder nur verschwendet hier äh also verschwendet mehr oder weniger äh gebraucht um wieder san zu finden hier um ein paar Dschungelbeine zu pflanzen das ist nicht so sinnfrei das klugt man gar nicht Das war's für heute. ich fand einfach mal einen großen und zwei kleine bäume die holt sich dann einmal komplett ab und dann ist es mir auch egal ob wir dabei den samen bekommen oder nicht dann haben wir auf jeden fall genug holz definitiv erst mal so seid ihr schon gewachsen seid ihr von ja einer von rein oder hinten ganz viele kürbisse so ich werde welche wollte noch mal an so lange wie der bomb hier noch steht kann er hier noch noch mal schön produzieren ja so dann pflücken wir noch mal das feld ok der wächst falsch das problem was mir gerade einfällt ich habe einen fehler gemacht ha kürbisse bringen doch gar nichts eben belohnen fahren die einzigen nutzpflanzen die wirklich sinn machen also jetzt so als als wenn der haupt grundverpflegung bist das heißt also wir brauchen erstmal hier schön schön melonen da also fünf stück hätte ich gerade sehr viel ach so ja eben naja das war jetzt viel zu viel das war jetzt sinnfrei egal warum ist das wieder trocken geworden hier ist doch wasser das verstehe ich jetzt nicht wirklich nein das seltsam also dich brauche ich nicht dankeschön ok das war's erstmal ich kann dich nur schnell in räumen bleiben schmeiß ich einfach hier hin das war's hier kommt noch ein baum hin dann kommt noch ein baum hin und dann war's das auch Äh, der ist durch die Ich-Klops nicht. Gut. Dann würde ich mal sorgen, das war's für diese Folge, denn sie wussten wir die Folge wieder. Ne? Schauen wir mit V.